Sie sehen den Mann neben mir sitzen, den Sie, so wie ich Sie einschätze, gestern alle auch da heute Morgen erwartet haben. Warum wird Jürgen Kramny, Cheftrainer des VfB Stuttgart, ich glaube, die Entwicklung der Mannschaft in den letzten Wochen hat eine deutliche Sprache gezeigt. Man hat eigentlich von Spiel zu Spiel eine Entwicklung gesehen in relativ kurzer Zeit mit Bewegung der richtigen Hebeln, ist eine Stabilität in die Mannschaft eingezogen. Ich weiß, dass das eine Riesenverantwortung ist, erstmal in der Situation eine Mannschaft zu übernehmen, aber dann auch natürlich jetzt als Cheftrainer in der Rückrunde mit dem VfB in bessere Gefühle sich zu bewegen. Das muss unsere Aufgabe sein, das wird unsere Aufgabe sein und dafür sind wir richtig heiß, darauf brennen wir. Es ist nicht alles gut, aber diesen Schwung, den Jürgen und sein Team mit der Mannschaft hergestellt haben, den wollen wir natürlich jetzt auch mitnehmen ins Jahr 2016, um endlich ein besseres Jahr zu haben. Dann heißt es dann wirklich Farbe bekennen, VfB-Gesicht auf den Platz bringen und dann Punkte holen in der Rückrunde. Vielen Dank.